so ich begrüße euch und willkommen zurück vielleicht noch einmal vorab zur info ich nehme heute vier folgen auf ich muss mal gucken wie es mit meinem audio setting hier ist ob das gut ist ob das schlecht ist die folgen kommen auf jeden fall raus egal wie das jetzt ist aber anhand dieser vier folgen werde ich natürlich mal gucken wie ich das noch umstellen kann und ähnliches wir waren stehen geblieben im tutorial und müssen ein stein hammer eine stein axt und eine stein spitzhacke herstellen wir selbst liegen gerade noch im schlafsack und ich würde sagen da schlafen wir einfach mal weiter das spiel geht weiter und hier oben haben wir eine forschung entdeckt forschung war mit n wir haben genügend holz gefällt um etwas neues zu erforschen wir können hier die stein bearbeitung lernen die gemüse damit können wir glaube ich felder bauen und das waschen und einweichen es ist gerade nichts vorgegeben das ist fertig ich soll eine küche bauen und steaks herstellen ich selbst wäre erst mal ja essen ist eigentlich ganz gut dadurch dass ich uns das sehr leicht gemacht habe ein thron ja das finde ich und ich möchte gerne ein thron haben so ich habe freigeschaltet stein bearbeitung neue gebäude einen normalen steinbruch ich weiß gar nicht was ich jetzt habe einen kleinen oder ein table of masonry also so ein stein metz tisch sage ich mal den obelisk der macht die leute glücklich ein stein thron das hatte ich in der ersten folge erzählt dass man sich darauf setzen kann und man selbst muss dann nicht mehr schlafen essen und kann dadurch besser delegieren und ein feuer was licht produziert was sehr praktisch ist weil die nächte hier können wirklich finster werden und man sieht nichts mehr und ich kann stein blöcke erstellen ach in den gewöhnlichen steinbrüchen ich hoffe doch das ordinary gewöhnlich heißt aber mir war so kann ich erze und kleid zusätzlich abbauen die ein stone queries ist für stein sehr effektiv während der ordinary queries für erze und ton notwendig ist leute arbeiten langsamer an nicht beleuchteten plätzen das ist auch gut zu wissen ich dachte nur es ist etwas ästhetisches dieses fenster hier an sich ist mir auch neu und beleuchtete gebäude halten sich im winter waren während eines schneesturms ein schneesturm spannend entweder habe ich das spiel nie lang genug gespielt oder das ist auch neu ja das klingt doch super upgrades was gab es hier ach ja man konnte irgendwie noch punkte verdienen und dann konnte man hier sachen verbessern ok schließen ich soll eine küche bauen das baumanöver auf der b eine küche die küche setzen wir mal hier hin gesehen auch den lichtradius und die platziere ich einfach mal dafür brauche ich zehn stein und acht volksbretter ach ich liege noch im bett deswegen kann ich gerade so wunderbar hin und her laufen wer stellt hier munter her in der kiste ist auch ordentlich was drin ich denke mal hier können wir auch noch 30 hoch setzen der macht immer in fünfer schritten so die küche baue ich hier haben wir den obelisten der macht verteilt happiness war das nicht auch bei little misfortune wo sie immer sagte happiness und ihr kleines glitzer verstreute mir war so dafür brauche ich stein blöcke wo ich bin schon wieder in der forschung weiter ok gucken wir mal kurz an die forschung weil ich wieder genug holz bearbeitung gemacht habe weil ich es gut die bewohner ich stehe nur doof in der gegend rum und lese noch das tutorial da schon wieder so was also das ist der gleiche text sei und leder wolle wasser oder die farm ich bin mir so unsicher ich nehme das leder ok was haben wir eine waschwanne ein fass ah ja das fass ist super da kann man nur ein gegenstand drin lagern aber dafür bis zu 100 stück und ein steg wo man dann wasser sammeln kann ich kann jetzt leder herstellen seile wolle wolle knäuel oder seil garn und wolle und wasser das fass wird genutzt um 100 stacks of one resource ok 100 stacks ist anscheinend noch mal was anderes ich brauche geschirr um wasser geschirr ja geschirr um wasser vom steg zu sammeln und seile können aus garm und wolle gemacht werden also fiber ach so pflanzen fiber fasern so heißt das fasern oder wolle als zwei alternative materialien für das seil dann also hanfseil oder wollseil das klingt großartig vielen dank spiel so die küche ist gesetzt steaks sollen wir erstellen davon sollten wir mal viel haben wir haben zwar schon so einige rezepte aber dafür brauchen wir mehl und milch hier brauchen wir pumpkins haben sich auch noch nicht freigeschaltet mehl noch nicht fisch noch nicht insofern werden wir all unser fleisch mal in die bratpfanne schmeißen so dann gucken wir mal die bewohner an ich denke mal ich könnte noch statt eines helferleins ein handwerker gebrauchen so das tutorial schritt 12 pflanzensamen ich soll ein farmer machen ich soll pumpkin seeds aus wilden farmen sammeln und flachssamen ich weiß gar nicht heißt das flachs auf deutsch ich habe aber auch gerade gar kein bewohner über ne aber er hier tut nichts ach guck mal hier steht immer welchem job er gerade nachkommt er hat aber auch nichts zu tun ich glaube irgendwo gab es in fünfeinhalb minuten kommt der nächste bewohner vielleicht kann ich ja selbst auch erst mal die samen sammeln ich hätte gern noch das hier hergestellt wird eine sichel ja stell mir die mal her und hier da der gerade nichts zu tun hat scheint das ja gut zu laufen setzen wir die mal auf hoch einer unserer bewohner hat sich verbessert so der waffenspiel macht aber nichts weil weiß ich gar nicht wo es regnet das ist ja wunderbar habe ich hier schon acht hier schon eine sichel okay gehen wir mal ins inventar rüsten die sichel aus und das hier unten sieht doch nach einem wilden feld aus kein platz im inventar der klassiker mein inventar ist nicht gerade sehr groß ne sprout seeds ist das gesprossen wie heißen das sprießende samen was habe ich hier weizen weizen möchte ich eigentlich gar nicht ich werde mal ein bisschen inventar loswerden die möchte ich gern behalten kann ich die so platzieren ach die hält man in der hand warum liegt hier holz rum oh da ist Pumpkins Kürbisse die nehmen oh ein älter ich weiß gar nicht was älter heißt walking around the village you come across the strange älter ach ne das ist ein baum ich weiß gerade nicht welcher also wir wandern durchs dorf und kommen an eine merkwürdige weide weide könnte richtig sein für aus gründen äh bin ich erfüllt in vertrauen mit ihm ne das ist ein typ ne kein baum ja er zieht da ein wagen mit vier kisten und sieht uns und ist erheitert und beginnt wild zu gestikulieren und er bietet uns etwas an entweder eine kleine kiste gold hier bekomme ich 10 steinblöcke 10 suppen 10 suppen 125 wissenschaftspunkte oder ich denke noch mal drüber nach ich bin immer was das essen angeht sehr ängstlich gold ja irgendwann wird mal ein händler kommen ich denke mal die steine werden wir uns sehr zügig selbst machen also nehmen wir einfach mal die suppe und bedanken uns bei dem alten mann so schauen wir einmal kurz was mich mal interessiert settings das game typ typ audio ach language gibt es nur englisch englisch ist jetzt an sich für mich nicht das problem aber das moderieren würde es wesentlich leichter machen wenn es auf deutsch wäre so wie viel platz habe ich noch im inventar gar keins mehr muss auf jeden fall mal etwas essen dann nehmen wir doch das gekochte gemüse und weil das noch nicht reicht nehme ich noch die suppe ich weiß auch gar nicht sind das hier macht uns glücklicher ein hungriger bewohner verliert gesundheit je größer die variabilität unseres essens ist desto größer ist unsere happiness vom food das heißt der balken sollte nicht nur möglichst voll sein sondern auch möglichst bunt dann sind wir schön fröhlich ich würde sagen wir könnten auf jeden fall noch mal kisten brauchen wobei ich hätte gerne hier ein fass für stein und ich hätte gerne hier ein fass für holzplanken dafür brauche ich brauche ich dafür leder das war natürlich sehr schlau dann das sollte man vielleicht mal vorher nachgucken ja ich brauche leder gut dann baue ich einfach noch mal willkürlich eine kiste die mache ich mal dahin damit er es nicht so weit hat man konnte auch filter auf die kisten setzen das wird sicherlich auch noch relevant werden packen wir noch mal ein bisschen weizen hier rein kürbisse die leere suppenschüssel ja ich glaube ich sollte aber irgendwann mal filter auf die kisten setzen sonst schmeißen die mir alles zu und die leute können hier arbeiten weil irgendein nebenrohstoff unmengen gesammelt wurde und hier ist bestimmt flachs ne ach ne das ist ein kleiner baum ok ist das hier flachs nein auch kein flachs und erzähl mal kein flachs junge man sagt mir wo ich das herkriege nicht hier habe ich das spiel fortsetzen wäre interessant wenn man sich anzeigen lassen könnte was das ist ja habe ich hier überhaupt irgendwo flachs weiß nicht was das hier ist beenden es einfach mal oh ein neuer bewohner ist angekommen oh ja das sieht mir nach flachs aus das ist gut dann gehe ich mal zurück ins dorf was ist denn das hier ich kann eine neue belohnung bekommen wo geht das denn jetzt ach oder war das warte mal war das hier wer du erstmal was sollte er werden äh ein farmer hätte ich gerne so der hat nicht genug ressourcen der hat nicht genug ressourcen ähm ähm ressourcen edicts ach jetzt weiß ich die meinten glaube ich meinten die hier die upgrades nee wo finde ich denn diese die hat mich ja gerade hier hin geschickt ach hier trades 500 gold kostet uns das hätte ich vielleicht mal eben gerade gold genommen ne ich weiß gar nicht wie viel gold wir haben schauen wir mal gar keins das ist doch schön wir haben gar kein gold äh rain man ey 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 äh jetzt kommen auch noch gegner das schauen wir uns gleich mal an eigentlich hätte ich gemessen so räuber wandern durch die nahegelegenen wälder was sollen wir tun unser gegner ist ein mann mit einem equipment level von 16 wir haben sieben bewohner mit einem equipment level von 17 die einschätzung ist dass der gegner wesentlich schwächer ist man könnte sich frei kaufen wir haben aber kein gold wir können einen sklaven abgeben wir könnten denen äh rohstoffe geben wir haben nichts zu befürchten und werden sie attackieren oder wir überlegen uns das ganze nochmal ja der soll mal kommen ich weiß gar nicht mehr wie das genau ging mit g konnte ich zu den waffen rufen äh ich habe auch eine waffe ich darf tun wenigstens noch nicht sterben hier oben links haben wir ein roi buff oder ein gegner file ich konnte auch irgendwie wie ähm ähm Kommen wir ihm mal ein bisschen entgegen. Hold the position machen wir mal. Da kommt er und jetzt gehen wir auf ihn drauf. Ich weiß gar nicht, ob es Friendly Fire gab, aber er ist tot. Ah, und hier haben wir die Lebensenergie unserer Leute. Mal gucken, ist er schon gelootet? Nein, jetzt ist er gelootet. Okay, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie die hier looten. So, ich pack mal den Flachs hier rein. Und unser nächstes Tutorial ist das Farmen. Wir sollen das Gemüse erforschen. Ich weiß gar nicht. Es fehlt noch ein bisschen Holzabbau. Ich kann aber schon Leder herstellen. Ich habe doch schon einen Farmer, oder? Kann ich den einmal Woodcutter und Farmer machen, um es wieder zu aktivieren? Ja. Ich soll zehn Kürbisse pflanzen im Wetland. Also insofern macht es schon Sinn, dass man in der Auswahl den Boden ein bisschen feucht gemacht hat. Und ich muss Pumpkin Seeds herstellen. Das hat man früher am Küchentisch gemacht. Mittlerweile macht man es an einem Extratisch. Ich glaube, ein neuer Schlafsack wäre nicht verkehrt. Habe ich mich eher gedrückt? So. Oh, es gibt auch eine Map. Ah, okay, okay. Ich habe auch gerade gelesen, es kommt im nächsten Update. Da kann man ein Typ von Feudalherr werden. Der Druide, der Händler, der... So gab es vier Ausprägungen und alle hatten unterschiedliche Vorteile. Ah, hier kann man sich alles anzeigen lassen. Sehr schön. Enemies. Achso, ja, man kann es ja auch in Mehrspieler spielen. Farms. Ja, haben wir noch ein bisschen was. Debris. Ist das Keys? Okay, okay. Continue Game. Was ist denn das Problem unserer Leute hier? Sie haben nicht genug Ressourcen. Jetzt würde mich ja mal interessieren, was die fehlende Ressource ist. Warum sie etwas nicht herstellen können. Also hier haben wir Werkzeug, Weizen und, und, und. Okay. Wir haben Stein genug. Steht hier. All craft tasks are completed. Add more tasks. Okay, der ist mit seinen Sachen fertig. Ach, wegen den Fässern sind sie, okay. Mal schauen, während ich darauf warte, dass der Woodcutter da genügend hergestellt hat. Schaue ich schon mal, hier kann ich Leder herstellen. Dafür brauche ich aber Wassereimer und die Wassereimer bekomme ich am Steg. Und den Steg setze ich mal hier hin. Ich weiß gar nicht, soll das hier Fische darstellen? Und wenn ja, kriege ich auch hier Fische oder nicht? Ich platziere den einfach mal hier hin. Das kann dann unser Bauarbeiter herstellen. Ich selbst, was habe ich noch? Die Sense, die brauche ich, glaube ich, gerade eher weniger. Unser Waffenschmied hat nichts zu tun. Das ist doch schön. Mal gucken, was können wir denn noch so bauen. Den Steintron. Ja, den halte ich eigentlich sehr gerne. Ein Feuer. Macht Licht im Dreierradius. Ja, da bauen wir den von der Mine mal eins hin. Hier bauen wir eins hin. Und hier werde ich meinen Thron hinbauen vorerst. Dann bin ich ein bisschen geschützt vor Angriffen. Und jetzt werde ich größenwahnsinnig. Ich mache mir auch einfach ein Feuerchen. So, ich glaube, ich brauche mal Du, hier kannst mal Woodcutter zwischendurch werden. Und Ja, der Bilder wird genug zu tun haben. Der wird so schnell keinen Woodcutter. Ach, ich glaube, zwei Stücke ist schon in Ordnung. Auch wenn der jetzt hier gerade baut. Ach, dafür brauche ich Stein und Lücke, ne? Ich sollte mal ordentlich hingucken. Mal schauen, wie weit ich von meinem Gemüse entfernt bin. Noch 20 Holz. Weißt du was? Dann schnapp ich mir doch einfach die Axt. Vielleicht schaffe ich das noch in dieser Folge. Haben wir hier eine? Ja, hier haben wir eine. Jetzt lege ich mich aber erst mal schlafen. Ich denke, sonst reicht die Ausdauer mal wieder nicht. Ja, das würde ich eigentlich noch gerne in dieser Folge schaffen. Nein, die 10 Pumpkin Farms schafft man jetzt nicht mehr. Aber den Seed Extraction Table, das ist die Werkbank für Waffen. Kann ich das überhaupt? Ach nee, das kann ich dann erst, ne? Oh, meine Science ist soweit. Ich erforsche endlich Gemüse. So, wir können Pumpkins anpflanzen, also Kürbisse. Ich kann den Saatgut-Extraktionstable, also Tisch herstellen, um Saatgut zu gewinnen. Und ich kann jetzt gekochtes Gemüse kochen. Ein, ich weiß gar nicht, was Stew ist. So ein kräftiger Eintopf. Und Kürbissahn kann ich herstellen. Äh, die Ernte von der Farm hängt vom Terrain-Typ ab. Ja, die Feuchtgebiete sind die effektivsten, also die Überschwemmungsebenen. Äh, man sollte immer 20 Saatgut im Lager, auf Lager haben. Und man kann den You Can Setup the Work for Farmers in the Farm Menu. Okay, das Landwirtschaftsmenü sozusagen, mit F. Ah, okay, hier kann ich. Okay, okay. Gut, das schaffen wir noch schnell uns durchzulesen. Minimum Size to Chop. Select the Minimum Size of Trees. Ach, das hier ist gar nicht. Okay. Ja, wie? Habe ich die Felder jetzt hier im Menü? Hide unavailable. Uh, ähm, ja, versteck das mal lieber. Gut. Ähm. Ah, okay. So kann ich das pflanzen. Da haben wir unseren Steak. Und ich sage, wie viele? Zehn Stück. Das hier ist Terrain Gras. Flood Plains ist das hier noch. Machen wir mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, ich brauche natürlich aber erstmal den Tisch. Wo ist er denn? Für Saatgut. Den mache ich mal hier oben hin. Ich wünschte, ich hätte schon Häuser. Kann ich dem Ganzen eine Priorität geben? Ja, ne? Priority up. Ich mache den mal ganz fix fertig, mein Lieber, aber ganz fix. Ich weiß gar nicht, ich könnte... Ach, ich liege hier immer noch im Bett, ne? Was sagt er mir? Oh, ich brauche noch die Pitchfork. Das ist noch nicht erledigt. Das sollten wir mal tunlichst machen, ne? Da hätte ich auch immer gern zwei Stück für eine Standardqualität. Das ist in Ordnung. So, habe ich Stickies dabei? Nein. Ach, ich wollte ja mal die Kistenfilter setzen, ne? Aber ich habe hoffentlich einen Hammer dabei. Nein, auch nicht. Dann nehme ich mir hier nochmal einen Hammer raus. Und jetzt bin ich schon wieder im taktischen Modus. Wenn man zu viele Spiele spielt. Hier hätte ich gern noch eine Kiste neben, die hier hin zeigt. Und hier Pumpkin Seeds. Er sagte, 20 sollten wir immer auf Lager haben. Hier machen wir ein bisschen mehr. 24 ist durch die drei teilbar. Wunderbar. So, und damit würde ich sagen, war es das für die zweite Folge. Ich verabschiede mich in diesem strömenden Regen. Viel besser sieht es bei mir gerade draußen auch nicht aus. Insofern pausiere ich mal und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.